Musik In der Schule auch mit Eltern, in der Kirche, in der Schule nicht wirklich mit den Eltern war. Mir hat von Gott erzählt meine Eltern, als ich ein kleines Kind war. Und nachdem ich schon ein bisschen größer war, bin ich dann mit meinen Eltern und meinen Geschwistern auch öfter in die Kirche gegangen, wo mir auch der Pfarrer viel von Gott erzählt hat. Und jetzt ministriere ich auch viel und höre auch zu, was der Pfarrer sagt über Gott. Unsere Religionslehrerinnen in der Volksschule, der Herr Pfarrer, unsere jetzigen Religionslehrer. Aber im Kindergarten haben wir auch etwas über Gott ein bisschen gelernt. Vor ein paar Abenden hat die Mama mir über den Jakob, wie er in Ägypten war, erzählt. Manchmal stelle ich auch Fragen und Mama und Papa geben mir Antworten und meine Mama erzählt auch oft. bis zum nächsten Mal. goings Vielen Dank.